In Rhein, es kracht, es dampft, es gibt keine Pause bei knapp 40 Grad in Köln-Ossendorf und es wird jetzt noch heißer, denn Beton Berlin kommt, die Mannschaft von Kontra K und Felix Lobrecht, die Berliner Straßenköter und das ist Gunner G. Allstars, am Ende, da kommt Kavanda. Super Ball, Super Ball von Schönfeld, auf Beister, Maxi Beister, 1-0 für Beton Berlin. Super Hackentrick, super Pass von Schönfeld, oh ist das geil, oh Zucker auf mein Augenlid und dann Maxi Beister mit seinem so brutal starken Linken. So, The Line übrigens, der Game Changer für die letzten drei Minuten, wer neu ist, ist auch ein neuer Game Changer in dieser Saison. Wir gucken erstmal, was Berkhan macht, 2-0, Beton Berlin ballert. GGs an 100.000 Zuschauer bei uns und an diesen Schönfeld, der wieder beteiligt ist in der Vorbereitung. Und dann Berkhan, Firat, ein Junge aus dem Pott spielt bei der SG Wattenscheid. Wer ist müde von denen, die gerade Jungs, die gespielt haben? Wer braucht eine Pause? Maxi, Nusti kommt rein für Maxi. Patrick Schönfeld mit dem Penalty und der spektakuläre Möglichkeit, auf 3-0 zu schälen. Schönfeld macht das ganz locker. Patrick Schönfeld, Man of the Match. Zwei Tore vorbereitet und jetzt macht er sein eigenes Gerät. Der ehemalige Zweitligaspieler, zack, einmal gewackelt, einmal getanzt und dann rein das Ding. Da hat es auch schon gekracht. Und jetzt kommen die Las Ligas Ladies. Die Las Ligas Ladies mit dem Anschluss durch Anan. Anan, bester Torschütze. Duck der Vorarbeiter und bereits das sechste Tor von Anan. Ihr seht die Uhr runterzicken und spätestens ab da muss geschossen werden. Und es wird scharf geschossen. Koray Duck, 3-2. Las Ligas Ladies wieder da. Genau, Ball darf auch nicht liegen, muss rollen. Und Duck bringt das Ding ans Rollen. Der gleicht aus. 3-3. Wahnsinn. Beister braucht eine Antwort. Beister holt die Antwort aus seinem linken Oberschenkel. Maxi Beister. Beister im Biest-Modus. Gruß übrigens an Felix Lobrecht, der auch zuguckt. Und der Bock hat auf den nächsten Sieg. Duck! Aber der hat was dagegen. Der braucht keinen Wechsel, der braucht nur einen weiteren Hammer. 4-4. Ein Drittliga-Einsatz hat der für Verl. Und jetzt, Aquan. Oh, der hält der mit den Kronjuwelen. Ah, Chats, 1x1 in den Chats für alle, die das fühlen. Oh, ich hoffe, die Familienplanung ist abgeschlossen. Autsch. Und der will nicht aufhören. Duck! Das gibt es doch nicht! Gefühlt macht er den hier mit geprelltem Hoden. Das ist ja irre, was hier passiert. Las Ligas Ladies führen. Und plötzlich braucht Beton Berlin noch den einen. Das gibt es ja nicht. Duck mit allem. Mit seiner Leiste. Mit seinem Fuß. Dreht der das Spiel hier noch. Las Ligas Ladies gewinnen dieses Ding. Nach großem Kampf. Das ist ja nicht. Das war's. Das ist ja nicht. Vielen Dank.